hey freunde willkommen zurück wir testen heute die billig und billig nummer 7 das ist von röder eine eigenmarken batterie beziehungsweise halt selbst vermarktet beziehungsweise selber effekte hier ist schon in auftrag gegeben das ist eine neuheit es gibt acht neue billig und willig aber hatte dings nicht gesagt es gibt neun ich bin mir gerade nicht sicher wenn ich schaut euch mal bei röder und shop rein der ist unten verlinkt natürlich ist das mein link wenn er darüber bestellt würde ich noch eine kleine provision bekommen und wenn ich auch nicht schlimm macht was ihr wollt nur so als kleiner info oder kleine info zurück zur batterie wir haben hier eine schöne batterie sie kostet momentan 15 oder 17 euro ich bin mir nicht sicher ich glaube 15 euro und die billig willig nummer 7 ist die vom effekt die mich am meisten interessiert hat wir haben nämlich dieses kirschblütenartige dieses fluffy faff wir haben diesen schönen effekt auf jeden fall und schaut es euch selber an wir gehen gleich mal aus verzündung und testen mal die röder billig und billig nummer 7 dieses fluffy faff so jetzt kommt die billig und billig nummer 7 eine schöne rote mein favorit aus der reihe so Hammer ausbrechen. Krass, das sei.